Catherine, Princess of Wales, über dieses freut sie sich sehr. Obwohl Catherine, Princess of Wales, 41, fast täglich auf zahlreiche neue Gesichter trifft. Kann sie sich an dieses ganz genau erinnern, bei ihrem Termin in Cornwall kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Und obwohl die beiden sich seit 25 Jahren nicht gesehen haben, erkennt Catherine sofort, und fällt ihm überglücklich in die Arme. Die ganze Szene und welche Beziehung die beiden zueinander haben, sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Daily Mail Cook.